Und ein weiterer Versuch, um zu gucken, wo der Frosch die Locken hat. Nicht schlecht, ne? Der kann hier voll Kung Fu, Frosch oder wie man das nennt. Ah, bleib doch stehen. Oh, das könnte weh tun. Oh, doch nicht. Oh, mit der Zunge. Wie, der frisst mich auf. Ich schmeck doch gar nicht. Ach, komm schon. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Warum? Oh, nee. Jetzt beruhig dich doch mal frisch. Das gibt's doch nicht, ey. Komm du mir mal her. Oh, besiegt. Sehr geil. Wie geht's? Vielen Dank.